Hallo, ich bin Simon und ich freue mich, dass du da bist. Heute geht es weiter mit dem 17. Kapitel aus Richard David Precht's Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Boston, der Mann auf der Brücke, ist Moral angeboren? Unter anderem in diesem Kapitel der Psychologe Mark Hauser. Ich wünsche euch viel Spaß. Versetzen wir uns in folgende Lage. Ein Waggon rast völlig außer Kontrolle über das Gleis direkt auf fünf Gleisarbeiter zu. Sie, lieber Leser, stehen an der Weiche und sehen den führerlosen Wagen heramsausen. Wenn sie die Weiche nach rechts umstellen, können sie das Leben der fünf Männer in letzter Sekunde retten. Der einzige Haken dabei ist, wenn der Waggon nach rechts abbiegt, überfährt er ebenfalls einen Gleisarbeiter. Allerdings nur einen einzigen. Was würden sie tun? Doch halt! Bevor sie antworten, sollten sie noch eine zweite Frage durchdenken. Wieder haben wir es mit dem führerlosen Waggon zu tun und wieder rast er auf die Weiche und die fünf Gleisarbeiter zu. Diesmal aber stehen sie nicht an der Weiche, sondern auf einer Brücke über dem Gleis. Sie suchen nach etwas, was sie von oben auf die Bahngleise runterwerfen können, um den Waggon aufzuhalten. Das Einzige, was sie sehen, ist ein großer, dicker Mann, der neben ihnen auf der Brücke steht. Das Gelände ist nicht hoch. Alles, was sie tun müssten, wäre, den Mann kräftig von hinten zu schubsen. Sein schwerer Körper würde den heranrasenden Eisenbahnwagen aufhalten. Die fünf Gleisarbeiter wären gerettet. Würden sie es tun? Mehr als 300.000 Menschen haben sich diese beiden Fragen bisher gestellt. Befragt hat sie der Psychologe Mark Hauser von der Harvard University in Boston. Er stellte seinen Test ins Internet und ließ Menschen online darüber entscheiden, was sie im Fall des herrenlosen Waggons tun würden. Doch Hauser befragte nicht nur Internetsurfer, er stellte seine Testfragen in den USA und in China und er testete sogar Nomadenvölker. Er fragte Kinder und Erwachsene, Atheisten und Gläubige, Frauen und Männer, Arbeiter und Akademiker. Das überraschende Ergebnis war, die Antworten waren fast immer gleich. Unabhängig von Religion, Alter, Geschlecht, Ausbildung und Herkunftsland. Wie lauteten die Antworten? Frage 1. Fast jeder der Befragten würde die Weiche umstellen. Er würde den Tod von einem einzigen Mann in Kauf nehmen, um das Leben von fünf Männern zu retten. Frage 2. Nur jeder Sechste würde den dicken Mann von der Brücke schubsen, um das Leben der fünf Männer zu retten. Frage 2. Die große Mehrheit würde es nicht tun. Ist das nicht ein seltsames Ergebnis? Ob ich die Weiche umstelle oder den Mann von der Brücke stoße, das Resultat ist doch in beiden Fällen das Gleiche. Ein Mann stirbt und fünf werden dadurch gerettet. Von der Bilanz der Toten und Überlebenden her gesehen, gibt es keinen Unterschied. Und doch scheint es einer zu sein. Ob ich den Tod eines Menschen in Kauf nehme oder ob ich ihn selbst herbeiführe, ist ganz offensichtlich nicht dasselbe. Psychologisch macht es einen erheblichen Unterschied, ob ich aktiv oder passiv für den Tod von Menschen verantwortlich bin. Im ersten Fall habe ich das Gefühl, einen Mord zu begehen, selbst wenn ich damit das Leben anderer Menschen rette. Im zweiten Fall ist es eher das Gefühl, Schicksal zu spielen. Zwischen aktivem Tun und passivem Unterlassen liegen gefühlte Welten. Und bezeichnenderweise unterscheiden auch die Strafgesetzbücher nahezu aller Länder sehr genau zwischen mutwilligen und unterlassenen Handlungen. Aktives Tun ist moralisch betrachtet etwas anderes, als etwa einen Befehl oder eine Anordnung zu geben. Die Soldaten, die die Bomben von Hiroshima und Nagasaki abwarfen, wurden damit seelisch nicht fertig. Ihre Vorgesetzten, bis hin zu Präsident Truman, der den Beschluss dazu gefasst hatte, hatten offensichtlich weniger Probleme damit. Wir unterscheiden beabsichtigten und vorhergesehenen Schaden. Wir unterscheiden direktes und indirektes Tun. Und die meisten Menschen halten Schaden, der durch Körperkontakt entsteht, für verwerflicher als den, bei dem es zu keiner Berührung kommt. Es fällt leichter, einen Knopf zu drücken, um jemanden zu töten, als jemandem ein Messer ins Herz zu stoßen. Je abstrakter eine brutale Tat ist, umso leichter scheint sie zu fallen. Erinnern wir uns an den Ursprung unserer Moral aus dem Sozialverhalten von Primaten. Hier gibt es zwar keine abstrakten Handlungen, aber sehr wohl den Unterschied zwischen Tun und Unterlassen. Wenn jemand eine Handlung unterlässt, können wir nicht sicher sein, ob er es absichtlich getan hat. Deshalb zögern wir auch, sie moralisch eindeutig zu bewerten. Ein aktives Tun dagegen scheint als Verhalten zweifelsfrei zu sein. Mark Hauser allerdings erkennt darin noch viel mehr. Wenn die meisten Menschen in derselben Situation die Lage moralisch sehr ähnlich einschätzen und sich gleich verhalten, ist das nicht ein Beweis dafür, dass es einen kulturübergreifenden, allgemeinen moralischen Bodensatz in jedem von uns gibt. Verfügen wir nicht über dasselbe Regelwerk? Orientieren wir uns nicht alle irgendwie an den gleichen Grundsätzen wie Sei fair, richte keinen Schaden an oder verhalte dich friedlich? Hauser ist überzeugt, dass es moralische Regeln in jedem von uns gibt. Da sich die Menschen dieser Regeln normalerweise gar nicht bewusst sind, werden diese Regeln auch nicht durch Erziehung weitergegeben. Sie sollen in unseren Genen verankert sein und werden in den ersten Lebensjahren verinnerlicht. Hauser vermutet, dass wir moralischen Sinn ähnlich wie Sprache erwerben. Wie Noam Komsky gezeigt hatte, steht am Anfang eine im Gehirn verankerte Universalgrammatik, aus der die Kinder je nach Umwelteinfluss ihre Muttersprache entwickeln. Wir erlernen die erste Sprache nicht, wir erwerben sie vielmehr. Wie uns ein Arm wächst. Bei der Moral, so Hauser, ist es ähnlich. Auch hier gäbe es eine Art Tiefengrammatik, die hilft uns die jeweilige Moral, unseres Umfeldes strukturiert anzueignen. Jeder Mensch wird demnach mit einem Sinn für Gut und Böse geboren, mit einem Moralinstinkt. Nicht allein Religionen und Rechtssysteme, nicht allein Eltern und Lehrer bringen einem Menschen demnach Sitte und Anstand bei, er kommt schon mit einem Gespür dafür aus dem Geburtskanal. Eben deshalb könnten wir, meist ohne groß zu überlegen, sagen, ob eine Handlung gut oder schlecht ist. Und selbst ein Verbrecher weiß in seinem Innern zumeist sehr wohl, was moralisch richtig und was falsch ist. Hat Hauser recht? Finden die Psychologen mit ihren Tests den Schlüssel zur intuitiven Moral, den die Philosophen mit ihren abstrakten, Imperativen und Gesetzen nicht greifen, die Hirnforscher mit ihren Kernspintomografen nicht sehen können? Für Gefühle hatte Kant nur Verachtung übrig gehabt. Denn sein Anspruch war ja gerade umgekehrt eine Moral, die nach Möglichkeit gerade ohne solche Gefühle auskommt. Gefühle, so meinte er, sind keine Partner der Vernunft, sondern ihre Gegner. Sie trüben unser moralisches Urteil, statt es zu ermöglichen. Genau dagegen setzt Hauser seine Theorie der moralischen Gefühle. Emotionen seien eben nicht zwangsläufig niedere Instinkte, sondern führten durchaus auch zu edlen Gefühlen. Um ganz sicher zu gehen, dass es einen solchen Moralsinn in jedem gesunden und normalen Menschen gibt, holt sich Hauser Hilfe bei einem guten alten Bekannten. Gemeinsam mit Antonio Damasio untersucht er Patienten mit Schäden in der ventromedialen Region des Stirnlappens. Also Menschen, die ähnliche Schäden aufweisen wie Phineas Cage. Auch diese wurden nach dem Waggonenbeispiel befragt. Das Ergebnis war klar und eindeutig. Wie die meisten gesunden Menschen, so betätigten auch die hirnverletzten Patienten den weichen Hebel, um die fünf Gleisarbeiter zu retten. Doch anders als bei den anderen Befragten musste auch der dicke Mann in jedem Fall daran glauben. Die Soziopathen mit Phineas-Gage-Symptomen waren ohne Zögern bereit, ihn von der Brücke zu stoßen. Wo andere Menschen durch ihren intuitiven Moralinstinkt gehemmt werden, fehlt ihnen offensichtlich das moralische Gefühl. Sie beurteilen die Lage nur mit dem Verstand. Vertraut man diesem Test, dann liegt der intuitive Moralsinn im menschlichen Stirnlappen. Hier läge verborgen in der ventromedialen Region eine angeborene Universalgrammatik der Moral. Doch bevor wir das unterschreiben, sollten ein paar wichtige Einwände nicht unerwähnt bleiben. Die Testfrage nach dem Waggon und der Weiche ist eine klare und eindeutige Frage. Die Frage nach dem Mann auf der Brücke hingegen ist es nicht. Versetzen wir uns noch einmal allen Ernstes in die Situation, einen Menschen von der Brücke zu stoßen, um einen Waggon aufzuhalten. Dreht uns der Mann den Rücken zu, fällt uns das Herunterschubsen leichter. Guckt er uns an, ist es schon gleich viel schwieriger. Ist uns der Mann unsympathisch? Nun gut, wir könnten ihn opfern. Ist er sympathisch und nett? Lächelt er freundlich? Dann werden wir ihn wohl nicht schubsen. All dies spricht nicht gegen Hausers Theorie von Moralinstinkt, aber es macht ihn komplizierter. Denn all unsere sehr persönlichen Gefühle von Sympathie und Antipathie haben eben auch etwas mit unserer intuitiven Moral zu tun. Für das Beispiel mit der Weiche gilt das Gleiche. Fünf von sechs Befragten sagen, sie würden einen Gleisarbeiter überfahren lassen, um fünf andere zu retten. Soweit, so gut. Was aber ist, wenn ich den einen Gleisarbeiter kenne, wenn er ein guter Freund von mir ist? Stelle ich dann auch den Hebel um? Was ist, wenn auf dem Gleis kein Arbeiter, sondern die eigene Mutter, der Bruder, der Sohn oder die Tochter steht? Wer würde dann noch die Weiche betätigen? Wer würde die Weiche umstellen, wenn er zwischen fünf erwachsenen Gleisarbeitern auf der einen Seite wählen müsste und einem spielenden Kind auf der anderen? Im anderen Beispiel würde mancher Schüler gewiss seinen verhassten Mathelehrer von der Brücke stürzen, um damit das Leben der Gleisarbeiter zu retten. Im zweiten Fall kommen überdies noch Aspekte ins Spiel, die gar nichts mit Instinkten zu tun haben. Wenn ich den dicken Mann jetzt schubse, durchzuckt es mein Gehirn. Wer sagt mir, dass er ganz genau aufs Gleis fällt? Und wenn, kann ich mir sicher sein, dass er den Waggon aufhält? Was ist, wenn nicht? Dann sterben nicht nur die fünf Gleisarbeiter, dann habe ich auch noch einen Mord begangen. Wer wird mir glauben, dass ich dabei nur beste Absichten hatte? Alle diese Fragen sind wichtig für mein Handeln. Und sie sind nicht das Ergebnis langer Abwägungen, sondern sie kommen blitzschnell. Sie sind durch Lebenserfahrung entstanden und damit so etwas wie soziale und kulturelle Reflexe. Genetische Veranlagungen und kulturelles Wissen lassen sich gar nicht so leicht unterscheiden. Beide spielen unzertrennlich ineinander. Dass bestimmte Entscheidungen wie in Hausers Testfragen in vielen verschiedenen Kulturen gleich gefällt werden, beweist nicht, dass die moralischen Vorstellungen angeboren sind. Es kann auch sein, dass sich die Moralvorstellungen in den Kulturen sehr ähnlich entwickelt haben, weil sie sich überall als gut oder zumindest als lohnend herausgestellt haben. Die richtige Antwort auf die Frage angeboren oder anerzogen lautet wohl, man kann es nicht wirklich unterscheiden. Manche Kinder und Jugendliche, die zum Beispiel in der Hitlerzeit erzogen wurden, hatten später keine Skrupel, als Offiziere der SS andere Menschen zu töten, darunter auch wehrlose Frauen und kleine Kinder. Wie beim Erlernen der Sprache sind auch unsere moralischen Empfindungen wohl nicht im vollen Umfang angeboren. Wir sind nicht von Geburt an mit Werten ausgestattet, sondern eben nur mit einem Lehrplan, welche Informationen wir aufnehmen können und einigen Vorbedingungen, wie wir sie organisieren können. Wie unterschiedlich diese Fähigkeit zum Moral ausgenutzt werden kann, zeigt die Verschiedenheit menschlicher Moralvorstellungen. Eigentumsrechte, Sexualmoral, religiöse Vorschriften und Umgangsformen mit Aggressivität wurden und werden so unterschiedlich gehandhabt, dass es schon schwierig ist, zu sagen, was typisch menschlich ist. Auch in unserer Gesellschaft bestehen viele Abschattungen. Es gibt Alltagsmoral, Gesinnungsmoral, Verantwortungsmoral, Klassenmoral, Vertragsmoral, Maximal- und Minimalmoral, Initialmoral, Kontrollmoral, Weibliche- und Männliche-Moral, Betriebsmoral, Moral für Manager, für Feministinnen und für Theologen. Wann immer die Gesellschaft erkennt, dass sie ein neues Problem hat, entsteht postwendend eine neue Moral. Immerhin aber beruft sich eine jede neue Moral auf die immer gleichen alten Werte. Sie appelliert an das Gewissen, schreit nach Verantwortung, fordert ein Mehr an Gleichheit und Demokratie, an Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit. Wer moralisch denkt, teilt die Welt in zwei Bereiche, in das, was er achtet, und das, was er ächtet. Mehr als zwei Jahrtausende haben sich Philosophen damit herumgeplagt, unwiderlegbare Beweise dafür zu finden, wie sie diese Achtungs- und Ächtungskriterien endgültig zementieren können. Mit einem denkwürdigen Ergebnis. Denn einerseits entstand unter philosophischem Einfluss über Jahrhunderte hinweg ein modernes Moralsystem wie der bürgerliche Rechtsstaat. Andererseits blieb die ganze Konstruktion, zumindest in Deutschland, so brüchig, dass sie sich, wie gesagt, im Nationalsozialismus ohne größeres moralisches Aufbegehren im Handstreich aus den Angeln heben ließ. Allem Anschein nach entsteht moralischer Fortschritt in einer Gesellschaft weniger durch die Vernunft als dadurch, breite Schichten der Bevölkerung für bestimmte Probleme zu sensibilisieren. Der Motor, auch des sozialen Geschehens, ist der Affekt. Oder wie es der amerikanische Philosoph Richard Rorty einmal treffend formuliert hatte, der moralische Fortschritt ist nicht davon abhängig, dass man sich über die Empfindsamkeit erhebt und zur Vernunft vordringt. Ebenso wenig beruht er darauf, dass man statt sich weiterhin auf niedrige und korrupte Provinzinstanzen zu berufen, an einen höheren Gerichtshof appelliert, der sich bei seinen Urteilen nach einem ahistorischen, an keinen Ort und keine Kulturgrenzen gebundenen moralischen Gesetz richtet. Das Fazit nach sieben Kapiteln über die Moral müsste also lauten, der Mensch ist ein moralbegabtes Tier. Die Fähigkeit zur Moral ist angeboren, aber wie weit, lässt sich nur sehr schwer sagen. Das Primatengehirn stellt Möglichkeiten bereit, sich in andere hineinzuversetzen und es kennt neurochemische Belohnungen für gute Taten. Ethisches Verhalten ist ein komplexer Altruismus. Er besteht sowohl aus Gefühlen wie aus Abwägungen. Es gibt kein moralisches Gesetz im Menschen, wie Kant meinte, das ihn zum Gutsein verpflichtet. Aber moralisches Handeln ist entstanden, weil es sich oft für den Einzelnen und für seine Gruppe lohnt. Wie stark er davon Gebrauch macht, ist sehr weitgehend eine Frage der Selbstachtung und diese wiederum eine Frage der Erziehung. So. Und mit diesem Handwerkszeug sollten wir nun reif sein für die Praxis. Wagen wir uns also an konkrete moralische Probleme in unserer Gesellschaft. Es gibt, wie gesehen, das gefühlte moralische Recht, unter ganz bestimmten Umständen töten zu dürfen, wie etwa bei dem Mann auf der Brücke. Aber gibt es auch eine moralische Pflicht, töten zu müssen? Kapitel 18 Tante Bertha soll leben. Darf man Menschen töten? Danke, dass du dabei warst. Ich freue mich immer über Kommentare. Und wenn du mich und meinen Kanal unterstützen willst, dann kannst du ihn kostenlos abonnieren. Ich freue mich, wenn du weiterhin dabei bleibst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.